Hi, mein Name ist Matthias Aumann. Wir befinden uns hier gerade in Kloppenburg auf unserem Bauhof. Wir hatten einen Landschaftsbau, über 80 festangestellte Mitarbeiter, Millionen Euro Jahresumsätze. Ich bin wenige Stunden in der Woche in diesem Unternehmen, es funktioniert komplett ohne mich. Und wie du siehst, alle Fahrzeuge sind unterwegs, gerade sind zwei Kolonnen wiedergekommen. Aber warum ich dieses Video mache, woher kommt dieser gesamte Wachstum, woher kommen diese gesamten Mitarbeiter, woher kommen diese gesamten Kunden? Ich werde ganz, ganz oft gefragt, wie hast du das angestellt, Matthias? Wie kannst du, wenn du im Jahr 2012 dein Unternehmen gegründet hast, links an so vielen alteingesessenen, vielleicht sogar an etablierten Familienunternehmen, vielleicht sogar traditionelle Familienunternehmen, einfach so vorbeiziehen? Also wie schafft man das, wenn man innerhalb von acht Jahren das schafft, was andere vielleicht ein ganzes Leben dafür brauchen? Ich glaube, die Antwort, um ehrlich direkt zu sein, ist nur Neukunden, 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 Neukunden. Wie gewinne ich viele Neukunden? Ja, ich halte gerade mein Werkzeug in den Händen. Das ist mein Handy. Ich mache eigentlich fast alles nur Social Media. Ich bin früh angefangen, wir können es auch gerne mal jetzt hier einblenden, wo ich mein Handy hochgehalten habe und habe gesagt, hi, mein Name ist Matthias Aumann, ich befinde mich hier gerade auf dem Bauhof, der auch mal ein Grüner geht. Ja, wir sind ein Landschaftsbauunternehmen, arbeiten überregional und wir sind die SpezialistenInnen. Wir suchen zu sofort. Wir wollen haben das. Und zum Schluss, was mache ich da immer? Ja, ein Call to Action. Eine Handlungsaufforderung. Du und ich, wir beide, ja, wir passen gut zusammen. Also, ruf uns an. Ein Beispiel. Ich blende einfach jetzt mal hier unter diesem Video ein paar Zwischensequenzen ein. Also, das bedeutet, stell dir selber die Frage, hast du ein Handy? Du sagst, jawohl. Dann frage dich, haben deine Kunden ein Handy? Dann sagst du wieder, ja, mit Sicherheit. Das bedeutet, von Handy zu Handy kannst du direkt doch die Verbindung zum Kunden kriegen. Die haben das jeden Tag in der Tasche. Das bedeutet, du bist eigentlich nur eine Idee. Nochmal. Du bist eigentlich nur eine Idee davon entfernt, einen Neukunden zu gewinnen. Vermutlich hast du aber einfach keine Ahnung. Und ich kann das verstehen, weil ich bin früher auch ein bisschen hemsärmlich angefangen. Ich habe einfach aus dem Blauen nichts heraus, aus dem Bauch, ja, so ein bisschen die Videos gemacht. Klar war das holprig. Natürlich haben manchmal welche gelacht. Weil, du merkst das selber, ja, ich habe manchmal eine undeutliche Aussprache. Also, ich arbeite daran, ich lispel oft. Aber das ist mir egal. Ich mache das so für die Menschen, die sagen, okay, das ist echt, das ist authentisch. Ja, mit denen wachse ich. Und die, die das nicht gut finden, ist für mich auch in Ordnung. Aber ich überhole doch immer jeden, die nichts machen. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie man Online-Marketing gut macht, also diese sozialen Medien, dafür nutzt, um auch ein Riesenunternehmen aufzubauen, um Mitarbeiter zu gewinnen, um ja viele Kunden für dich zu gewinnen, dann komme am 7.3.2021 in meinen Live-Online-Workshop. Ich zeige dir wirklich das zum ersten Mal. Ich kann sagen, ich decke sogar meine Geheimnisse auf, wie ich es als One-Man-Show geschafft habe, damals nur mit meinem Handy Kunden zu gewinnen, über 80 Mitarbeiter aufzubauen, indem ich mich selber vermarkt habe, indem ich mein Unternehmen vermarkt habe, indem ich einfach permanent, immer wieder die Sachen in den Markt gebracht habe, bis es eine Übereinkunft war in den Köpfen der Kunden, okay, auch mal grün, it's a place to be, okay, da werde ich arbeiten. Oder Mensch, wenn du Hilfe brauchst im Garten, ruf da an. Das mache ich doch nur mit meinem Handy, immer mit der Vermarktung. Und du kannst das genauso machen. Wenn ich das mit einem Unternehmen schaffe, die nur Rasen mähen, Hecken schneiden und Unkraudiäten macht, den größten Teil, ja, prozentual. Großteil machen wir nur die Grünpflege. Glaub mir das, dann kannst du das auch. So, komm am 7.3. in den Live-Online-Workshop. Ich zeige dir das, wie ich das gemacht habe. Wenn du mich kennst, ich gebe dir das Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also wer da danach nicht ins Handeln kommt, der ist selber schuld. Also sei dabei, 7.3.2021, 10 Uhr, unser Live-Online-Workshop, wie du die sozialen Medien dafür nutzt, um deinen Handwerksbetrieb so richtig in die Marktdurchdringung zu bekommen. Und du merkst, ich habe mich gerade auch wieder verhaspelt. So what? Ich leite das Video trotzdem hoch. Lieben Gruß, dein Matthias.